Fürchterliche Gestalten an den Instrumenten. Für euch mit dabei. ProLive! Und nun geht das Grauen richtig los. Nackte Panik macht sich breit. Angstschweiß läuft dir aus allen Toren wie aus einem Duschkopf. Vom Grauen geschüttelt hörst du nur ihr boshaftes Lachen und Kreischen. Und du willst nur eins, du willst, dass es endlich vorüber ist. Dass dieser Albtraum endlich vorbei ist. Und dann werden deine schlimmsten Befürchtungen wahr. Denn dann, sagt er, die fürchterlichsten Worte, die du je gehört hast. Und die wie Eisenhemmer in deinem Schere dröhnen. Und diese Worte sind... Herr Verbellmeister Eigen. Einmarsch für unseren Everard! Nur Kau. Jaubeister. Jaubeister. Applaus Applaus Und auch wenn sie euch anfangs recht nett vorkommen, liebe Freunde, seid auf der Hut. Sie führen nichts Gutes im Schilde. Das ist die Rückkehr der Trachten-Tombies. Und damit das Böse in Grün hier unter Kontrolle bleibt, haben wir zwei Mächte des Guten heute Abend mit dabei. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unser Prinsipa. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere Prinsipa. Herr Kapellmeister. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist so der Heitischleinzeit. Ein Eingang, der ist ganz auf, der Mocken, ein Gefeind zu kaufen, denn das war's vom Wasserrein und niemals will. Im Küchen steht ein Hochbräuhaus Ein Eingang, der ist ganz auf, da hat so mancher Kabelmann Ein Eingang, der ist ganz auf, der Zeit, was jeder sagen kann, schon früher mal der Kirche an und steht am Arbeitskabel heraus so schnell ist der Ruf neu aus. Es gibt ein Tier auf Hawaii, es gibt ein Bier, und fahr die Wicht nach Hawaii, und bleib' mir leben. Es ist so heiß auf Hawaii, mein Köder trinkt. Und alle! Und nur von Hula, Hula geht, wer wüsst nicht will. Bier, 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 ist die Szene von Flavien. Jetzt schau' ich, was los mit dir! Wir, Bier, gucken wir, es gibt ein Gravier. Ja, versuch doch mal! Das ist viel, doch ich will nicht bei dir. Wir sind noch mal so gut, einmal so gut, einmal so gut. Darum ist das viel, die Szene von Flavien. Ja, geht doch! Links, rechts, vor, zurück, das macht Spaß, das macht Spaß, links, rechts, vor, zurück, das ist der ganze Trink. Links, rechts, rechts, vor, zurück, das macht Spaß, das macht Spaß, links, rechts, rechts, vor, zurück, das ist der ganze Trink. Ja, vorn! Fürsterliche Geschichte, ziemlich grauenhaft. Liebe Freunde, lebt eure, ähm, naja, Gefäße und stoft mit uns an auf diesen grauenhaften Abend und immer dran denken, ist das Gläschen restenlos leer, kennt das grauen, kein Ende mehr. Zwo, drei, vier, Wunder! Ich bitte nun das Prinzipal, auf den Ihnen zustehenden Thron- und Unterdruselkabinett, denn ich rufe mir auf die vorbereitete Sitze. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn es etwas schneller geht, aber ja, nicht das Grauen, sondern die Grauen kommen ja hoffensichtlich wieder nicht aus der... ... ...